You and I till the end, don't need to pretend, again and again, we'll stick together, everything is alright, with you by my side, we won't say goodbye, we won't say goodbye. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Star Stable Craft mit mir und der Kaddi, die da hinten schon fleißig weiterbaut. Wir haben uns jetzt doch dafür entschieden, da jetzt die meisten Leute doch gesagt hatten, dass wir das Ganze doppelt machen, dass wir das jetzt innen Holz und außen weiß machen. Wir sind jetzt auch gerade schon beim Ausbessern unserer ersten Fails und ich bin jetzt gerade an den Fenstern dran. Ich muss gleich mal zählen, wie viel das hier hinten dann ist, die rückwärtige Wand, weil das ist nämlich unterteilt in drei Bereiche quasi, da gehen zwei Balken durch die Wand durch. So, und ich mache jetzt hier gerade die Fenster, äh die Türen außen, ah nein, und ihr habt euch auch ganz klar, was wir gesehen haben, habt ihr euch ausgesprochen für Mid-Shader und zwar deutlich. Hm, 87 Prozent. Und dann habe ich natürlich auch noch ein paar echte Fails gemacht, selber bei der Rückwand, Moment, das ist eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, nee, eins, zwei, drei, vier, fünf, da. Und habe jetzt mal gesehen, wie das dann wirklich aussieht. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, das, ähm, hast du nochmal gerade das Bild vor dir von der Rückwand? Moment. 28. Ähm, würdest du sagen, dass alle drei Felder der Rückwand gleich lang sind? Also, äh, der Seite, der Seite meine ich, guck mal hier. Ich habe ja jetzt hier fünf, siehst du? Das heißt, klar. Warte mal, ich gucke mir mal gerade das Bild von der Seite an. Ja, die sind alle gleich breit. Okay, dann müsste das nämlich so sein hier und dann immer eine Klappe da dran, ne? Ja, genau. Ja, dann müssen wir das ein bisschen länger machen. Muss ich das auch nochmal neu machen. Ja, wir haben uns anscheinend ein bisschen in der Perspektive vertan. Eins, zwei. Aber das bessern wir alles noch aus. Und deswegen da auch nochmal vielen Dank. Es haben richtig viele Leute, haben uns da Tipps und, ähm, Vorschläge gegeben. Und ein paar wirklich gute Sachen. Eins, zwei, drei. Okay, dann müsste ich nämlich bis hierhin gehen von der Länge her. Aber wir bessern nämlich gerade noch so ein bisschen jetzt hier unser... Und so, wir haben das jetzt so ein bisschen ins Blaue angefangen. Und das rächt sich jetzt quasi. Eins, zwei, drei. Genau, dann ist es nämlich das hier, die Länge, auf die es geht und nicht die Länge, die davor war. So. Und... So, wir bessern das jetzt quasi alles nochmal aus. Und ich habe auch gelesen, dass ein paar von euch quasi sowas ähnliches machen. Mit ihren Freunden gerade. Finde ich auch sehr lustig. Ich reise jetzt erstmal mein komisches kleines Hütchen hier vorne wieder ab. Ich habe jetzt probiert, die Cardi übrigens ein bisschen lauter zu machen. Also ich hoffe, dass das jetzt so für die Leute, die beim letzten Mal gesagt haben, okay, die Cardi ist ein bisschen leise. Ich fand es jetzt zwar bei mir nicht so, aber es ist natürlich immer so eine Sache, die von Kopfhörer zu Kopfhörer auch unterschiedlich ist. Deswegen wollte ich natürlich auch jetzt nicht krass hochregeln. Aber zumindest so ein bisschen. Ah, nein. So, ich muss jetzt auch nochmal gucken. Da war irgendwie noch so eine kleine Kante drin in der Rückwand. Glaub ich, irgendwo. So. Nee, nach vorne. Das Häuschen mit dem Shop drin ist ein bisschen nach hinten versetzt. Genau. Hier nochmal den Hals an der Rückwand. Wir versuchen das jetzt möglichst authentisch hinzubekommen. Das ist natürlich immer den Möglichkeiten, die Minecraft bringt, geschuldet. Viele Dinge. Dass man es nicht besser hinbekommt. Also wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Guck jetzt gerade. Wie breit wird das jetzt vorne werden? Zeig es dir gleich. Moment. Nach vorne mache ich mal wieder Holz rein, weil vorne ist quasi so eine Holzleiste unten. Und jetzt brauchen wir quasi, Moment, das ist ja mit Birke. Ich kann ja hier einfach mal Birke machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann ist noch eins, zwei, drei. Huch. Ich habe gerade gedacht, welcher Spieler ist denn noch da? Ja, da war das die Kuh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Oh, jetzt ist gerade der Hund weggelaufen. Was hast du jetzt gerade hingesetzt in den Boden? Was habe ich hingesetzt? Das ist die, wie breit das werden soll. Schau, das ist hier ungefähr so. Ach so. Also das hier ist die wirkliche Breite. So. So würde ich es machen. Wenn du das mal von hier anschaust, wo ich jetzt bin, würde ich sagen, ist die das. Von der Breite her deutlich richtiger aus. Aber nicht nur das Tor, ne? Also das hier ist nicht alles das Tor, oder? Was ist alles das Tor? Weil das hier an der Seite... Ist das hier nicht schon mit auch noch die Hütte an der Seite? Oder kommen die nochmal außen dran? Nein, die kommen auch außen dran. Moment, ich zeig's dir nochmal genau. Das muss einen Block weiter breit sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, das hier muss noch acht breit sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins noch weiter muss das nämlich breit sein, weil... Ach so, das hier jetzt noch... Also, ein, so. Genau, ich muss gerade nochmal kurz rechnen, Moment. Es ist nämlich zwei Felder hier in der Mitte, genau. Das ist nämlich... Das eine hat gerade Zahlen, das andere hat ungerade. Und das links ist nämlich damit eins breiter. SSO macht das aber auch kompliziert hier. Könnt ihr das nicht symmetrisch machen? Ja, das hab ich nämlich auch erst gedacht, dass es... Das wirkte am Anfang nämlich so. Ich hab das Gefühl gehabt, dass es nämlich eins breiter ist. Nämlich so hier dann. Und... So. So. So, von außen dann nämlich. Auch mal nämlich das hier wegmachen. Wir hatten zuerst nämlich den Außenriss machen sollen, bevor wir das dann innen machen. Wir haben uns dann ein bisschen an den falschen Sachen zuerst orientiert. Hm. Ja. Ich werde hier vorne vor mal gerade noch so ein bisschen... Also, diese Beria-Blöcke, ja, die nerven mich. Ich denke die ganze Zeit, wo renne ich denn hier gegen? Aber schau, was meinst du so weit verliebt? Guck mal kurz zu mir hin. What? So, finde ich, ist es nämlich dann passend. Von der Art. Weißt du, was das Schöne ist? Wenn wir den Stall einmal fertig haben, dann können wir uns für jeden anderen Ort die Masse abgucken. Das stimmt, dann kopieren wir den einfach. Wir könnten auch mit dem World-Added den einfach quasi komplett kopieren. So. Ich weiß gar nicht, hatte... Ich habe jetzt den Stall gerade nicht im Kopf. Ist der Stall komplett nochmal mit einer Innenschicht überdacht oder nur nochmal diese Boxen? Äh, hinten und vorne ist das jeweils nochmal... Äh, ist nochmal ein Heuboden. Und die Mitte, da kannst du bis zum Dach durchgucken. Okay, also das heißt so hier, wie ich das gerade baue. Moment, ich gucke gleich mal. Bin immer noch damit beschäftigt, hier vorne das zuzuschütten. Ja. Also... Ich will es nicht aus dem gleichen Material machen wie die Holz. Es ist ein bisschen heller, habe ich immer das Gefühl gehabt. Also ich habe das Gefühl gehabt... Meinst du? Meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich gucke mal gerade. Ich habe ein Bild gemacht hier hinten im Stall. Ja, extra nach oben gedreht, Herr Kamera. Ja, es ist ein bisschen rötlicher. Was haben wir denn noch so an verschiedenem Holz? Geht es vielleicht Akazie? Warte, ich gucke mal gerade. Ich habe noch Akazienholzbretter. Schau mal hier, wie findest du denn das hier im Verhältnis? Ist das besser? Es ist die Frage. Es ist eigentlich ist das... Warte mal, ich muss mal gerade was ausprobieren. Was ist das hier nochmal? Das ist Fichte, ne? Ja. Was für eine Farbe hat Schwarzeiche? Muss man gerade was gucken. Jetzt komme ich hier und haue alles über den Haufen. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade fertig können. Weißt du was? Ich ändere das ab. Ich mache außen Schwarzeiche hin. Und innen drin der Heuboden wird aus Eiche. Ja, das ist farblich besser. Ich habe den Beria Block kaputt, ma. Ja, dann musst du ihn halt wieder neu setzen. Kopier einfach den daneben. Es sind ja mehrere da. Ich habe hier auch noch einen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Hä? Was denn? Setze ich den jetzt? Also die Tür. Das ist für den Laien, ist das mit der Tür ein bisschen schwierig. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann bastelt man da eine ganze Weile rum, bevor man das hinbekommt. Lass mich das machen. Du musst das seitlich versetzt setzen. Guck, du musst dann... Ne, du musst das hier so machen. Schau. Ist der Barrier da? Nein, lass mich jetzt halt das beides weggehauen. Ja, sofort. Hier so Barrier. Und dann guckt, hier, da musst du das so seitlich dran setzen. So hier und so. Ach so, dann zuklappen. Genau. So, jetzt muss man nämlich auch hier gucken. Das wäre nämlich zum Beispiel diese... Die Stelle kann man nämlich hier direkt nochmal weggehauen. Ich würde auch sagen, diese Verstrebungen, diese Querverstrebungen, lassen wir vielleicht sogar ganz weg, weil... Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Querverstrebungen erkennt. Ja, ja. Das ist einfach... Das sieht einfach mit Blöcken... Sieht das ein bisschen dumm eher aus. Was wir halt gucken müssen ist, der Block hier... Der Bereich hier hinten ist doppelt so lang. Und die anderen hier sind normal lang. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir sagen, wie breit haben wir das hier eigentlich. Dass wir sagen, das unterteilen wir in vier. Wir haben... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zehn, elf, zehn, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 27 Blöcke. 27 durch 4. Ja, das ist ein bisschen blöd zu machen. Machen wir einfach den einen da hinten um das entsprechende länger. Machen wir einfach drei, die gleich sind und den anderen dann noch ein bisschen größer. Okay, also machen wir jetzt für den Heuboden und sowas machen wir dann jetzt als Bodeneiche, oder? Ähm, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und dann... Ich bin gerade schon fleißig dabei, alles gegen Schwarzeiche auszutauschen. Hier... Ich muss ja immer sagen, ich bin immer überpingelig, was sowas mit Farben angeht. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6... Moment, hab ich jetzt 6 breit gesagt? Hast du mal gerade die Innenansicht da? Ist die Innenansicht so, dass das mit den Balken übereinstimmt? Ähm, Moment, ich schau mal kurz hoch. Jetzt hier gerade noch die 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, breit dran hier. Ja, das passt. Würde ich jetzt sagen... Moment, ne, das passt so hier nicht. Das ist so groß, wie ich es gerade gemacht habe. Weil... Weil... Die hintere Box ist doppelt so groß. Bei mir ist es gerade nicht der Fall. Das heißt... Ähm... Ich muss das noch kleiner machen. Wenn ich sage 1, 2, 3, 4, 5... Hat die gerade Platz und die hier hat nur 1, 2, 3, 4, 5 Platz. Dann müsste das hier dann... Dann müsste das hier da sein. Hm... So... Und dann 1, 2, 3, 4, 5... Was ist das denn hier? Wie habe ich mich denn jetzt gerade verrechnet? Das ist ja schlimm. Die Wände können ruhig hier mit Eiche bleiben schon. Guck mal, schau mal kurz her. So wären das dann die 3, aber das die hintere ist, ist nicht wirklich größer. Das heißt, am besten schiebe ich nochmal alles 1 kleiner. Oder? Das ist dann... Ja... Dass man dann quasi sagt, das ist 1, 2, 3, 4... Das ist auch wieder 6. Kann ich nicht mehr rechnen? Also schau mal, das hier ist es mit... Mit 5 müsste es dann quasi... Ähm... Wenn jedes 5 klein ist... So... Und dann 1, 2, 3, 4... Wenn man einmal verrutscht, dann ist man direkt komplett draußen. Dann 1, 2, 3, 4, 5... Ja, hätte ich mich mal einfach an den Rückfallstrebungen... Da hat man es richtig schon gemacht, orientiert. So wird es dann aussehen, schau. Und die hintere größer. Ja, so passt es auch. Oder was meinst du? Also es sah gerade gut aus auf jeden Fall. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich keine Zeit gestoppt habe. Ich habe die Zeit. Yay! Wir neigen uns nämlich auch schon dem Ende zu. Ich mache nur noch mal hier, dass ich das Ganze einmal anpasse. So... Die Dachform wird richtig ekelhaft. Es gibt so einen riesen Stall. Kriegen wir schon hin. Aber guck mal, wir müssen auf jeden Fall hier hinten... Hat die Rückwand eigentlich... Nee, die Rückwand hat eh keine Fenster. Nee, die hat keine. Dann ist es sowieso ganz entspannt. Dann müssen wir das hier nicht nochmal anfassen, mit der Schwarzeiche nochmal um eins versetzt. So... Okay... Oh... Das hier muss noch anders... Aber schau mal kurz zu mir rein nochmal, so jetzt dann. Mhm. Eins, zwei, drei, vier... Guck mal, warte mal, das habe ich jetzt schon wieder verrechnet. Das ist doch hier kleiner. Eins, zwei, drei, vier. Äh... Heute habe ich es aber auch. Das muss hier eins noch nach drüben. Schau mal gerade noch. Was gibt's denn alles für Zaunarten? So hier, schau. So ist es nämlich dann richtig. Ja. Eins, zwei, eins noch nach links. Dann passt es. Heute habe ich es aber auch. Klar, es ist jetzt schon ein bisschen später, wo wir das jetzt gerade aufnehmen. Aber dennoch, dass ich mich dreimal in Folge so vertue. So, was meinst du so? Jetzt ist es halt... Das Einzige, was man halt sagen muss ist, ähm... Das hintere ist nicht doppelt so lange. Das ist eine Wand zu viel, Fabi. Wie eine Wand zu viel? Das sind hinten... Das sind zwei Boxen doch nur. Zwei Boxen und eine lange. Nein! Nun gut. Ähm... Das werden wir beim nächsten Mal ausbessern. Das machen wir dann ganz einfach so, dass wir, ähm... Eins, zwei, zwei... Das ist fünf. Das heißt, wir machen quasi jede Box nicht fünf breit, sondern sieben. Das will ich jetzt noch kurz machen. Aber die Folge ist zwar ein kleines bisschen länger, aber sieben. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben hier. Und dann ist die andere länger dann. So. Oh man. Sieben. Dann ist die letzte dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn. Äh, der hat es fast 14 dann. Stimmt's mir jetzt... Stimmt's mir jetzt zu dann? Dass es jetzt so richtig ist dann? Ja. Okay. Niemand hat was gesehen. Ähm, überhaupt nicht. Ich habe mich jetzt nicht ein weiteres Mal, ähm, vertan. Das war alles so gewollt. Hust. Das war nur, damit ich euch in der Folge zeigen kann. Ähm, lernt Mathe. Das ist total wichtig. Sonst endet ihr wie ich, der Mathe-LK hatte. Und, ähm, ja. Ja. Also dann... Ich muss jetzt mal gerade in meinem Ressourcenpaket noch gucken, wie es bei dir in Chroma Hills aussieht. In Chroma Hills? Ach, genau. Ihr habt euch schon ein paar Mal gefragt. Ich habe das erstmal... Das Intro-Lied ist unter der Folge verlinkt. Man sieht das nicht wunderbar cool aus, wenn man von der Seite so auf das Holz schaut und auf dem Holz schimmert das Licht. Finde ich super cool. Der Shader hat es echt drauf. Der Shader wird nie müde. Der Shader ist super cool. Ich bin mir nur gerade nicht so ganz sicher. Was denn? So, aber jetzt passt es doch hier unten. Guck mal jetzt her. Das passt jetzt, oder? Ja, jetzt passt es. Ich glaube, ich habe mich wieder verzählt. Egal. Oh, Fabi. Wir machen Schluss für heute. Bevor ich mich nochmal verzähle und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.